Die Corona-Pandemie breitet sich in Kroatien immer weiter aus. Lokale Covid-19-Ausbrüche gibt es in den beliebten Urlaubsregionen Istrien und Dalmatien. Bisher hat das Auswärtige Amt keine Reisewarnung für Kroatien ausgegeben. Jedoch gilt diese für die Nachbarländer Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien. Am Montag lag die 7-Tage-Inzidenz in Kroatien bei 10,2. Das Robert-Koch-Institut stuft Risikogebiete ab der Marke 50 ein.